Hallo, ich freue mich, euch heute herzlich begrüßen zu dürfen im Studio von Daniel Küchen zur dritten Ausgabe unserer Kochshow Isst Dich Gesund. Heute dreht sich alles ums Thema Fitness in der Küche, denn es wird ja Frühling draußen und unser Gastkoch, Caterer aus Leidenschaft Frank Kutscher, wird uns heute was ganz Besonderes zaubern. Frank, was wird das sein? Guten Morgen, Harm. Ja, der Frühling ist da und wir kochen heute eine ganz einfache, schlichte Detox-Suppe, die aber sehr, sehr kraftvoll ist. Wird das sehr anspruchsvoll zum Kochen her für unsere Zuschauer? Gar nicht. Im Gegenteil. Ich habe extra Ausgaben, was wirklich einfach zu machen ist, dass es auch wirklich mal jeder nachkochen kann und nicht sagt, das ist ja toll, aber das kann ich nicht. Und dann ganz im Gegenteil, fünf, sechs einfache Zutaten, einfach gekocht, püriert, abgeschmeckt, fertig. Also ihr merkt schon, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Die dritte Ausgabe unserer Kochshow Isst Dich Gesund, diesmal zum Thema Fit in den Frühling mit Gastkoch Frank Kutscher. Bis gleich.